Nach der Eröffnung des neuen Behandlungszentrums gibt es in Warner nun zwei Dentaprime-Kliniken, die Hand in Hand arbeiten. Die bisherige Dentaprime-Klinik als Diagnostik- und Planungszentrum und die neu eröffnete Klinik als reines Behandlungszentrum. Konkret bedeutet das, dass jeder neue Patient zuerst das Diagnostik- und Planungszentrum besuchen wird, um dort eine gründliche Diagnostik zu erhalten. Dazu verwenden wir für unsere Patienten modernste Methoden der 3D-Computertomographie und Face Scanner. Daraufhin erstellen unsere Planungsexperten unter Verwendung einer Planungssoftware hochpräzise Behandlungsplanungen und legen diese dem Patienten vor. Ein Spezialist erklärt dem Patienten nun diese Planung und Planungsvarianten. Daraufhin entscheidet sich der Patient für seine Wunschbehandlung. Jetzt erhält der Patient oft noch am selben Tag einen Termin im Behandlungszentrum, also hier in der neuen Klinik. Sobald der Patient das Behandlungszentrum betritt, wird er in den State-of-the-Art-Masterplan eingewiesen, an den sich sowohl die Patienten als auch die Mitarbeiter strikt halten. Dann wird der Terminplan der Behandlungen erklärt. Jetzt beginnt die Behandlung des Patienten in unserer hochmodernen Klinik mit integriertem Hightech-Zahnlabor. Die enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Labor und die Just-in-Time-Herstellung von hochwertigem Zahnersatz mittels CAD-CAM-Technologie und 3D-Print-Technik garantieren ästhetisch und funktional hochwertige Lösungen, die dank des voll digitalisierten Workflows äußerst präzise sind. Mit einer Ausstattung von insgesamt 71 Behandlungsräumen können die hohen Anforderungen mit Leichtigkeit ohne Wartezeiten erfüllt werden. Auf dem 6.000 Quadratmeter großen Grundstück am Ecopark wurden 5.000 Quadratmeter Klinikfläche erstellt. Die Klinik verfügt über Parkplätze für Patienten und Mitarbeiter. Es wurden drei Eingänge zur Klinik geschaffen, um das Hygienekonzept zu perfektionieren. Ein Eingang für Lieferanten direkt zum Medizinlager ohne Zutritt zur Klinik. Ein weiterer Eingang für Mitarbeiter mit eigenen Hygieneschleusen und der Haupteingang für die Patienten. Alle Dächer des Klinikgebäudes, des Mitarbeiterrestaurants und der Carports sind vollflächig mit Photovoltaikpanelen bedeckt. Dadurch werden wir die Hälfte unseres Energiebedarfes CO2-frei selbst erzeugen. Die Parkplätze der Klinik dürfen nur von Elektroautos benutzt werden. Jeder Parkplatz ist mit einer Elektroladestation ausgestattet, die von Mitarbeitern und Patienten kostenlos zur Aufladung ihres Elektromobils genutzt werden kann. In Bezug auf die Kohlendioxid-Emissionen und mit Blick auf die Flugreisen unserer Patienten haben wir die Entscheidung getroffen, sowohl die Klinik selbst als auch die Reisen aller Patienten komplett CO2-neutral zu machen. Jeder Patient kann sich sicher sein, dass seine Reise nach Warner vollständig klimaneutral erfolgt. Dafür werden wir von diesem Jahr an Akazienwälder pflanzen. Wir beginnen mit 10.000 Bäumen und werden entsprechend der Zunahme der Patienten bis zu 30.000 Bäume pro Jahr anpflanzen. Nebeneffekt, da diese Akazienart mit ihren Blüten eine hervorragende Bienenweide darstellt, kann langfristig mit einer Produktion von einigen Tonnen besten Honigs pro Jahr gerechnet werden. Der Mitarbeitereingang ist gesichert gegen das Eindringen von unberechtigten Personen. Nur autorisierte Mitarbeiter haben Zugang. Per Gesichtserkennung öffnet sich die Türe. Nur mit den besten Mitarbeitern und einer Hochleistungskultur lassen sich die hohen Anforderungen an die Behandlungsqualität dauerhaft sichern. Deshalb bemühen wir uns, um unsere Mitarbeiter in außerordentlicher Weise. Das beginnt mit überdurchschnittlich hohen Gehältern für herausragend begabte Mitarbeiter, die wir durch ein anspruchsvolles Auswahlverfahren gewinnen. Um hohe Leistungen auf Dauer erbringen zu können, ist eine Betriebsatmosphäre notwendig, die die üblichen Standards weit übertrifft. Zusätzlich ist die Ermöglichung einer hohen Lebensqualität und körperlich-geistigen Gesundheit zwingend erforderlich. Hierzu haben wir einen ganzheitlichen Anspruch entwickelt, was durch eine Fülle unterschiedlicher Maßnahmen zum Ausdruck kommt. Im Folgenden einige Beispiele. Der Mitarbeitereingang beginnt mit der Hygienestation. Nach jedem Zutritt erfolgt die Handdesinfektion, gefolgt von der Reinigung und Desinfektion der Schuhe. Erst danach hat man Zutritt zu den Umkleideräumen. Dort finden die Kolleginnen und Kollegen täglich frische, sterile Arbeitskleidung vor. Hier sehen wir den Umkleideraum der Männer mit den Sanitäreinrichtungen. Hier werden die sterilen weißen Uniformen und Arbeitsschuhe angezogen. Der Umkleideraum für die Frauen ist mit 140 Spinden deutlich größer. Der Frauenanteil ist im Laufe der Jahre deutlich gestiegen. Bei den Führungskräften beträgt er 80 Prozent. Zusätzlich zu den Toiletten und Duschen wurden für die Mitarbeiterinnen Schminktische und Haarpflegestationen eingerichtet. Als täglichen Ausgleich zu hochkonzentrierter Arbeit bieten wir den Mitarbeitern täglich drei kostenlose Termine für Gymnastik und Tanz an, die durch professionelle Trainer betreut werden. Neben Ernährung ist diese Bewegungstherapie ein Pfeiler der Gesundheit und Lebensfreude unserer Mitarbeiter. Jeweils zum Arbeitsende wird ein dynamisches Sportprogramm mit unterschiedlicher Art von Aktivitäten angeboten, die einen Ausgleich zur einseitiger Körperhaltung, zur Konditionsverbesserung und zur Muskelstärkung bilden. Denta Prime bietet seinen Mitarbeitern einen besonders hochwertigen Mittagstisch an. Die Zusammensetzung der Speisen orientiert sich an den neuesten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft. Das Angebot vegetarischer Gerichte ist selbstverständlich Bestandteil. Die abwechslungsreichen Speisen werden täglich unmittelbar vor dem Essen frisch gekocht. Der Anteil an Gemüse, Obst und Proteinen ist hoch. Hochwertige Kohlenhydrate und ausreichend Ballaststoffe ersetzen Zucker und raffinierte Produkte. Zusätzlich werden grüne Smoothies und zuckerfreier grüner Eistee kostenlos angeboten. Das japanisch inspirierte Design sorgt für innere Ruhe. In einer Lobby unterhalb des Restaurants kann für Entspannung während der Mittagspause gefunden werden. Das Klinikgebäude ist mit sieben Fahrstühlen ausgestattet, vier davon für Mitarbeiter und Patienten und drei Aufzüge für den Warentransport vom Untergeschoss in alle Etagen. Hier befinden wir uns vor dem Fahrstuhl der Mitarbeiter, mit dem jeder seinen Arbeitsplatz erreicht. An jedem Übergang und Wegpunkt sind Hygienestationen angebracht, der Nutzung für die Klinikmitarbeiter eine Selbstverständlichkeit darstellt. Warenlieferungen erfolgen nur außerhalb der Arbeitszeiten der Klinik. Aus allen Etagen und aus dem Labor kommen ununterbrochen Bestellungen im Lager an. Hier werden die Materialien und Medizinprodukte kommissioniert und innerhalb einer Minute zur jeweiligen Etage gesendet. Das Warenwirtschaftsprogramm steuert Just-in-Time die Belieferung aller Abteilungen. Durch Scanner wird eine verwechslungsfreie Warenverteilung sichergestellt. Lieferanten haben keinen Zugang zum Lager. Ein Kiosk-System ermöglicht die Belieferung zur Nachtzeit. Die Zustellung wird elektronisch überwacht und gebucht. Der Lieferant erhält automatisiert einen Lieferbeleg. Rollbodenregale ermöglichen ein schnelles und präzises Abrufen der angeforderten Ware und führt zu einer fehlerfreien Belieferung der Abteilungen innerhalb von ein bis zwei Minuten. Hier auf der Ebene befinden sich noch andere Räume, zum Beispiel für die Absauganlage, die Kompressoren, das Wasseraufbereitungssystem. Auch finden wir hier zwei Abfallräume, streng getrennt nach medizinischem und allgemeinem Abfall. Liebe Zuschauer, jetzt wenden wir uns den Bereichen der Klinik zu, die Sie als Patienten direkt betreffen. Zum ersten Termin wird jeder Patient von unseren eigenen deutschsprachigen Chauffeuren zur Klinik gefahren. Von der Stop-and-Go-Zone sind es nur wenige Schritte bis zum Haupteingang. Dort erkennt Sie ein Gesichtserkennungssystem und öffnet Ihnen die Türe. Dies ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme im Rahmen der Hygiene. Unmittelbar nach dem Betreten der Klinik wird Ihre Körpertemperatur durch eine Thermokamera automatisch gemessen. Sollte eine erhöhte Temperatur angezeigt werden, bekommen Sie von unserer Pharmazeutin eine präzise Temperaturmessung. Das dient Ihrer persönlichen Sicherheit und der Sicherheit der anderen Patienten. Von den Mitarbeitern der ersten Rezeption werden Sie herzlich willkommen geheißen, in die Hygieneregeln und die Klinikabläufe eingewiesen. Ihre Behandlung soll ja optimal und stressfrei erfolgen. Eventuell mitreisende Begleitpersonen werden sich denselben Regeln unterziehen. Nach der Schuhreinigung, einmal nass und einmal trocken, erfolgt die Desinfektion der Hände. An der Garderobe legen Sie Mäntel und Jacken ab und in Schließfächern verstauen Sie weitere Gegenstände. Danach erfolgt die zweite Schuhreinigung und Sohlendesinfektion. Für Schuhen mit sehr tiefen Profilen gibt es Überzieher. Schuhe mit flachen Sohlen benötigen diese nicht. Nun betreten Sie den Wartebereich und bitte entspannen Sie sich. Das Design des Wartebereichs ist so angelegt, dass Sie sich wie auf einer Reise fühlen. Im Innenraum eines Future Trains ziehen vielfältige Landschaften Bulgariens an Ihnen vorbei. Nach wenigen Minuten rufen wir Sie schon auf. Auf jeder Etage wird Ihnen durch diese Dispenser ultra reines, frisches Wasser kostenlos angeboten, kalt oder in Raumtemperatur. Dieses hochreine Wasser ist frei von Mikroplastik und jeglichen Verunreinigungen und dient so auf gesunde Weise, Ihren Durst zu löschen und Ihren Wasserbedarf zu decken. Auf Reisen und bei medizinischen Behandlungen ist der Wasserbedarf besonders hoch. Das Wasser entspricht in der Zusammensetzung Hochgebirgsquellwasser aus Granitstein. Diese Qualität stellen wir für Sie in einem aufwändigen Verfahren her, unter Einsatz verschiedener physikalischer Filter und der Umkehrosmose. Alle Türen öffnen sich berührungslos, auch die Türen zu den Toiletten. Innerhalb der Toiletten wird ein berührungsloses Reinigungs- und Hygieneprogramm angeboten. Wir bitten Sie, sich strikt an die Empfehlungen zur Hygiene zu halten. Erklärende Videos in den Toilettenräumen helfen Ihnen dabei. In der Cafeteria direkt neben dem Warteraum gibt es Tee, Kaffee und andere alkoholfreie Getränke. Sollten Sie Raucher sein, empfehlen wir Ihnen dringend, während der Behandlungszeit in Varna nicht zu rauchen. Rauchen schadet dem Heilungsprozess. Sollten Sie jedoch nicht auf den Genuss einer Zigarette verzichten können, haben wir für Sie eine kleine Raucherecke eingerichtet, die sich hinter der Cafeteria befindet. Das Verlassen der Klinik während des Termins ist nicht möglich. In so einem Falle würde der Behandlungstermin ausgesetzt. Die optimale Vorbereitung des Patienten und die strikte Einhaltung aller Hygieneregeln sind die Gründe für diese strengen Anforderungen. Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen jederzeit die qualifizierten Servicemitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dieser, an der sogenannten zweiten Rezeption zur Verfügung. Ihre persönliche Glücksmanagerin steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung und sie wird alles in ihrer Macht stehende tun, um Ihnen einen wunderbaren und entspannten Aufenthalt zu bereiten. Sie arbeitet Hand in Hand mit den Kolleginnen der Disposition, die sich um ihre Behandlungstermine kümmern. Unmittelbar vor dem Beginn Ihrer Behandlung werden Sie von Ihrem Patientenbetreuer zum Vorbereitungsraum vor den Aufzügen begleitet. Hier können Sie nun Ihr Smartphone einschließen und gleichzeitig laden. Es darf nicht mit in den Behandlungsbereich genommen werden. Sie erhalten einen Einwegmantel und eine Kopfbedeckung. Wie gesagt, Hygiene ist alles, besonders natürlich im Behandlungsbereich. Jetzt desinfizieren Sie noch einmal Ihre Hände, außerdem die Schuhsohlen mit UV-Licht und werden von Ihrer zahnmedizinischen Assistentin zur Behandlung begleitet. Auf der Erdgeschossetage gibt es noch weitere Funktionsbereiche. Den Kassenbereich, wo die Abrechnungen erfolgen. Fünf Besprechungsräume, um Ihre persönlichen Fragen ungestört besprechen zu können. Einen weiteren kleinen Warteraum, sofern Wartezeiten zwischen verschiedenen Behandlungsschritten aufkommen. Und zwei Diagnostikräume, wenn schnell ein Check-up oder eine Kontrolle gemacht werden müssen. Während der Wartezeit und nach Ihrer Behandlung steht Ihnen eine Pharmazeutin zur Verfügung, die zusätzlich ausgebildet ist in verschiedenen Diagnosetechniken, um sich um Ihre Gesundheit zu kümmern. Messungen von Temperatur, Blutdruck, Puls und Blutzucker. Daneben bieten wir Ihnen kostenlos Laserakupunktur zur Entspannung, Angstreduzierung und Schmerzlinderung an. Außerdem eine Ernährungsberatung und eine allgemeine Gesundheitsberatung. Dieser Service ist natürlich ebenfalls kostenlos. Hier auf der zweiten Etage befinden wir uns nun auf der ersten von drei medizinischen Behandlungsetagen. Auf dieser Etage befindet sich das Dentallabor und elf Behandlungsräume. Alle Behandlungsräume sind voll ausgestattet mit modernster Technik, mit deren Hilfe die Behandlungspräzision verbessert, Schmerz vermieden und die Heilung beschleunigt wird. In der Mitte des Raumes befindet sich die Behandlungsstation, die ein kleines technisch-medizinisches Wunderwerk darstellt. In jeder dieser Behandlungseinheiten ist jeweils ein Assist-System für den Arzt und für die Assistentin integriert, mit deren Hilfe die Steuerung der Behandlung erfolgt. Zusätzlich ein Endmotor in der Prothetik bzw. ein chirurgischer Motor in der chirurgischen Abteilung. Links neben der Behandlungseinheit befindet sich die zentrale Logistiksäule. Hier sind alle anderen medizinisch-technischen Einrichtungen eingebaut. Sie alle tragen zu dem Erfolg der schmerzfreien Behandlung bei. Diese medizinisch-technische Ausstattung erleichtert die Arbeit des Zahnarztes optimal und hilft die Behandlungszeit zu verkürzen. Die Behandlungsstationen in der Klinik verfügen über diese einzigartige Vollausstattung. Hier sehen Sie On-Share-Röntgen mit minimaler Strahlenbelastung für sektorale, hochauflösende Bilder. Noch während der Behandlung wird laufend der Erfolg überprüft. Zum Abschluss der Behandlung überprüft der Arzt das Ergebnis. Auf dem Touchscreen hier protokolliert die Assistentin begleitend die Behandlung. Über unsere Klinik-Software wird dabei auch das verwendete Material gebucht, und entsprechende Nachbestellungen im Lager automatisch ausgelöst. Außerdem wird an diesem Monitor der BISS hochpräzise überprüft, während der Arzt den Kiefer mit dem Intra-Oral-Scanner abscannt. Kurz zum Intra-Oral-Scanner. Um unseren Patienten die unangenehme Prozedur des Abdrucks mit einem Löffel nach der Präparation zu ersparen und gleichzeitig die Genauigkeit zu verbessern, verwenden unsere Ärzte an jeder Behandlungsstation einen Intra-Oral-Scanner. Neben der Verbesserung des Behandlungserlebnisses für die Patienten werden dadurch Ungenauigkeiten bei der Herstellung des Zahnersatzes vermieden, die bei analogen Verfahren passieren. Nachdem der digitale Abdruck erstellt ist, wird er direkt ins Labor gesendet. Noch während sich der Patient in der Behandlung befindet, wird im Labor bereits begonnen, in einem aufwändigen Verfahren den Zahnersatz herzustellen, der höchste Präzision sichert. Unsere Dentallaser führen zu einer erheblichen Verbesserung des Behandlungsergebnisses und helfen, Schmerz zu vermeiden. Den Laser nutzen wir bei jedem Patienten ohne separate Berechnung als Standardwerkzeug. Er kommt bei einer Vielzahl von Arbeiten zur Anwendung. Zur Reinigung und Desinfektion am Zahn und dem Weichgewebe, zur Beseitigung von Entzündungen, zur Sterilisation, zur Behandlung von Wurzelkanälen, zur Behandlung von Parodontaltaschen, der Behandlung von kariösen Hohlräumen, zur antiseptischen Behandlung des zukünftigen Bettes unter dem Implantat, für Parodontitis und Periimplantitisbehandlung und vielem anderem. Die Anästhesieausstattung stellt einen weiteren Schwerpunkt an den Behandlungsstationen dar. Für die schmerz- und angstfreie Behandlung unserer Patienten stellen wir Dämmerschlafnarkose und Lachgas zur Verfügung. Diese Kombination führt zu einem völlig entspannten und schmerzfreien Behandlungsverlauf. Dafür verfügen unsere Anästhesisten über einen Perfusor zur langsamen, allmählichen Infusion von Medikamenten, während an einem Monitor Puls, Herzfrequenz und Blutdruck überprüft werden. Die Lachgas-Sauerstoffmischung wird in jedem Behandlungsraum durch einen Lachgas-Mischer eingestellt. Diese Mischung wird ganz individuell angepasst. Zu jeder Behandlungseinheit gehört ein Medizin- und Technikwagen. Die Aufbewahrung von Materialien in den Behandlungsräumen passiert bei Dentaprime nicht, da damit große Nachteile in der Hygiene und der Qualitätssicherung verbunden sind. Deshalb wird bei jeder Behandlung ein neu sortierter, desinfizierter Medizinwagen in den Behandlungsraum geschoben. Wir bei Dentaprime verzichten auf Möbel im Behandlungsraum, die ein zusätzliches Hygienerisiko darstellen. Jeder Behandlungsraum wird immer vor einer neuen Behandlung eines Patienten desinfiziert. Genauso die Wagen, die im Sterilisationsraum, wo sie auch neu bestückt werden. Hier in der Sterilisation werden benutzte Wagen gereinigt und desinfiziert. Gleiches passiert mit den Instrumenten. Dafür stehen Thermodesinfektoren und Autoklave zur Verfügung. Die gereinigten und desinfizierten Instrumente werden in speziellen Verpackungsmaschinen steril verpackt. Verbrauchte Materialien werden vom Lager mittels der Warenaufzüge nachgeliefert. Der voll desinfizierte und sortierte Wagen steht für den nächsten Patienten bereit. Das Dentaprime Zahnlabor stellt im Hinblick auf Funktion und Ästhetik hervorragenden vollkeramischen Zahnersatz auf der Basis von Zirkonoxid für unsere Patienten her. Um höchste Qualität zu erreichen, sind erhebliche technische und organisatorische Voraussetzungen erforderlich. Das Dentallabor teilt sich in folgende Bereiche auf. Digitale Planung des Zahnersatzes, der Abadmins und der Implantatschablonen an Hochleistungsrechnern. Die hochpräzise Herstellung des Zahnersatzes durch vollständig digitalisierte Arbeitsprozesse durch Cutcam-Maschinen und 3D-Printer. Die Sinterung des gefrästen Zirkonzahnersatzes, um dadurch höchste Belastbarkeit der neuen Zähne zu erreichen. Die Sinterung des gefrästen Zirkonzahnersatzes, um dadurch höchste Belastbarkeit der neuen Zähne zu erreichen. Die ist übrigens höher als bei jedem natürlichen Zahn, bei gleichzeitiger Passgenauigkeit und ästhetischer Perfektion. Die Keramikabteilung ist der Bereich der Künstler und Ästheten bei Dentaprime. Hier wird durch Auftragen von Keramik auf die Zirkonzähne mit hochpräziser Handarbeit pure Ästhetik geschaffen. Nur wenige Menschen verfügen über dieses besondere künstlerische Talent. Deshalb ist der Auswahlprozess und die Ausbildung der Dentaprime-Künstler besonders aufwendig. Durch ihre Arbeit entsteht dieser unvergleichliche Eindruck eines echten, natürlichen Zahnes. Die individuelle Farbgebung wird mit dem Patienten abgestimmt und exakt realisiert. Die Qualitätssicherung durch einen zahntechnischen Experten spielt eine zentrale Rolle und ist Bindeglied zwischen Ärzten und Labor. Jeder Scan, der von den Ärzten ins Labor geliefert wird, wird durch die Qualitätssicherung überprüft. Denn die Scanqualität ist Voraussetzung für hohe Präzision bei der Laborarbeit. Jede fertiggestellte Arbeit, jeder Zahnersatz wird vor Herausgabe aus dem Labor auf Herz und Nieren geprüft. Nur exzellente Qualität verlässt das Labor. Wären auch nur kleinste Fehler gefunden, geht die Arbeit zurück und wird neu gemacht. Hat ein Zahnersatz die Prüfung erfolgreich bestanden, wird er in die Sicherheitsschränke gelegt. Nur der Arzt des jeweiligen Patienten hat Zugriff zu diesem Zahnersatz. Ein Lock-up-System, elektronisch gestützt, sichert die Fächer. Von diesem Mini-Warteraum aus können unsere Patienten die Arbeit an den 3D-Druckern, dem Cut-Cam-Design und die Arbeit der Zahnfräsmaschinen beobachten. Der Fotoraum ist ausgestattet mit Technik für Makrofotografie und einem ausgetüftelten Beleuchtungssystem zur wissenschaftlichen Dokumentation von bestimmten Behandlungsfällen zu Bildungs- und Präsentationszwecken und zur Dokumentation medizinischer Fälle und deren etwaiger Veröffentlichung in medizinischen Publikationen. Luftreinigung und Desinfektion. Ein weiterer und besonders wichtiger Baustein unseres Hyperhygienekonzeptes liegt in der Behandlung der Atemluft. Die Klinik verfügt über ein zentrales Belüftungssystem. Die Luftqualität hier in Warner am Meer ist bereits überdurchschnittlich hoch. Das reicht jedoch nicht, um unsere Anforderungen zu erfüllen. Wir möchten sicher sein, dass unsere Patienten und Mitarbeiter reinste Luft einatmen. Vor allem bei der Behandlung kommt der Luftqualität eine besondere Bedeutung zu. Deshalb wird alle angesaugte Luft in einem Hochleistungsfilter von Staub und industriellen Verschmutzungen befreit und vor dem Eintritt in das Klinikgebäude zusätzlich desinfiziert. Es gelangt nur absolut keimfreie und absolut saubere Luft in die Räume der Klinik. Eine wesentliche Vorbedingung unserer Hygienestandards. Das reicht jedoch noch nicht aus. Zusätzlich wird in jedem einzelnen Behandlungsraum die Luft laufend umgewälzt, über Mikrofilter geführt und mittels UV-Strahlung desinfiziert. Dadurch wird erreicht, dass Keime und Viren sofort nach der Kontamination aus der Raumluft herausgefiltert und zerstört werden. Zusätzlich erfolgt hier eine weitere Entstaubung der Luft, was den Allergikern das Leben leichter macht. Qualitätssicherung und Monitoring während der Behandlung. Während der gesamten Behandlungszeit wird durch eine hochauflösende Kamera der Innenraum in Ihrem Mund gestreamt. Ihr Gesicht wird nicht gefilmt. Ein zweiter hochspezialisierter Arzt verfolgt die Behandlung an einem Monitor und unterstützt den behandelnden Arzt auf dessen Anfrage. Der behandelnde Arzt kann jederzeit während der Behandlung den Rat dieses zweiten Arztes hinzuziehen, ohne den Behandlungsraum verlassen zu müssen. In jedem Fall wird Ihre Behandlung immer von einem zweiten Arzt überwacht. Dieses konsequent umgesetzte Vier-Augen-Prinzip von der Planung bis zur Behandlung ist ebenfalls einmalig in der Welt der Zahnmedizin. In den 22 chirurgischen Räumen der vierten Etage sind zusätzlich zur Vollausstattung der Behandlungsstationen die besonderen chirurgischen Anforderungen realisiert. Dazu gehört ein Lichtsystem, das den Chirurgen optimale Behandlungen ermöglicht. In der chirurgischen Abteilung wird Blutplasma aus Eigenblut hergestellt. Dieses Blutplasma fördert den Abheilungsprozess signifikant. Diese Methodik gehört bereits seit vielen Jahren zu unseren Behandlungsstandards. Dafür wird dem Patienten eine sehr kleine Menge Blut entnommen. Das wird zentrifugiert, sodass Wachstumsfaktoren gewonnen werden können. Diese werden dem Patienten während der Behandlung wieder zugeführt. Eine weitere methodische Besonderheit bei Dentaprime stellt die navigierte Implantation dar. Mithilfe der Computertomographie wird ein exaktes Bild der Kieferknochen erstellt mit hundertstel Millimeter Genauigkeit. Diese 3D-Volumentomographie ermöglicht in der digitalen Implantatplanung eine hochexakte Position der Implantate im Kieferknochen. Dies führt zu hoher Implantationssicherheit und auch zu höchster Stabilität und Langlebigkeit der Implantate. Aber was hilft eine exakte Positionierung in der digitalen Planung, wenn anschließend ein Arzt die Implantate mit der Hand inseriert? Wenn die menschliche Hand diese hohe Genauigkeit nicht erreichen kann. Deshalb verwenden wir diese hochgenauen 3D-Bilder und produzieren mit ihrer Hilfe im Labor eine für jeden Patienten individuelle Bohrschablone. Mittels dieser Bohrschablone wird jedes Implantat zwangsweise an die richtige Position gebracht, im exakt richtigen Winkel und in der genau richtigen Tiefe gesetzt. Eine der vielen kleinen Innovationen bei Dentaprime mit einem großen Effekt für die Patienten. In der oberen, in der fünften Etage finden Trainings, Briefings, Meetings und Videokonferenzen statt.